Reservoir Dogs. Tarantino scharrte eine kleine, feine Gruppe grandioser Mitstreiter um sich, mit denen er auch später noch viele Male zusammenarbeiten sollte. Im Cast neben Keitel und ihm selbst als Mr. Brown, Steve Buscemi, Tim Roth, Chris Penn und Michael Madsen. Alle für wenig Geld, aber hoch motiviert. Sogar so sehr, dass sie wegen des heftigen Budgetmangels ihre eigenen Klamotten und Fahrzeuge mitbrachten. Auch das Setting ist überaus eingeschränkt und kostengünstig. Denn obwohl es sich um einen schiefgelaufenen Raubüberfall handelt, wird selbiger nie gezeigt. Und der überwiegende Teil der Geschichte findet lediglich in einer leeren Lagerhalle statt. Ein absolutes Muss für jeden Filmfan. Aber ich wette mein rechtes Ohr darauf, dass ich da wohl kaum jemandem etwas Neues erzähle. Unbedingt endlich oder wieder mal anschauen. Du willst mehr wissen? Dann klicke doch jetzt einfach auf den Link.